So, hallo Leute, äh, ich mach kurz, was, warte, äh, jep, hallo Leute und willkommen zu einer Folge Hedge Wars, äh, gegen, oh, fuck, ähm, gegen, ja, wer bist du? Jemand unbekanntisch. Aber guck mal, wenn ich das jetzt so mach, fängt ja schon mal schön an für dich, ne? Der Franz, der macht. Total Elimination! Okay, ja, äh, Mitch, Max. Völlig richtig. Oder, besser bekannt als Max. Völlig richtig. Million Dollar Champion. Richtig. Der, der, äh, Niklas Blake zum Affen machen wird, oder gemacht hat, wie auch immer. Hm? Ich, ich töte mich übrigens selbst. Ja! Ja, ich töte mich selbst. Ja! Ich bin gleich weg. Nein, ich hab noch sechs. Was? Ja! Warte? Irgendwo hab ich noch Schaden. Ah ja, genau. Ja, der sitzt aber auch so interessant zwischen den Kohlen. Und ich hab da niemanden. Perfekt. Äh, nehmen wir mal das hier und packen wir mal das da hin und... Spielt home Alabama! Fuck. Gut! Ähm, ich guck mal, ob das klappt. Ja, wir werden sicher mehrere Runden spielen, keine Ahnung. Also könnt ihr euch auf ein paar Folgen... Wow! Könnt ihr euch auf ein paar Folgen Hedgehogs freuen? Ja, der ist voll erstmal komplett weg. Der will mich hier umbringen. Natürlich! Ja, okay, das ist das Ziel des Spiels, aber trotzdem. Die Säule fetzt! Fuck you too! Na, da kann ich ja auch viel machen. Ähm. Ja, natürlich. Aber guckt euch mal dat an. Guck mal, Neo Fisch. Ach, dat ist Neo! Ja! Wat hat denn der da für Löcher? Ach so! Soll dat ein Typ oder eine Frau sein? Dat soll eine Frau sein. Mhm. Ja, ja, wer kennt sie nicht? Die Frauen, die da, wo die Brüste mal waren, Löcher haben? Ja, kennst du es nicht? Hast du es nicht selbst? Also ich hab's immer. Du hast Brüste? Interessant. Du musst mal alles über dich lernen, Patrick. Yep. Finde ich auch. This track. Ich bin der Vater. This track ging. Ich bin mein Vater. Ich bin mein Vater. Vor allem weiß man. Vor allem der Daumen, der Hand ist weg. Nein! Ich liebe dieses Spiel. Ich bin super. Ich würde so lachen, weil du dich einfach... Fuck you too, man! Und die Säule! Und die nächste Säule kaputt! Kaputt! Ja, da bist du, glaube ich, am Arsch. Boah! Ähm, was machen wir denn da? Wir machen mal, ähm... Und ihr könnt unten in die Beschreibung gucken, da kommt ihr dann am Freitag beziehungsweise am Samstag zum 24-Stunden-Live-Stream, wo sicher hier dieser Typ hier, der dabei bei mir ist, sicher dabei sein wird. Jaja. Wenn ich jetzt... Geil, ich finde noch nicht mal die Sachen, die ich sehen will. Also da musst du schon googeln, wenn du es sehen willst. Nein, nein. Schon wieder. Ja, aber man hat nur zwei. Zum Glück. Ich muss gerade echt suchen, wo ist ein... Skye, bin ich mir wirklich nur komplett bescheuert oder sehe ich den Luftangriff gerade nicht? Ich gehe mal einfach auf das Track. Macht zwar keinen Sinn, aber ich will ein Loch haben. Sehr gut. Sag dich doch, ich will ein Loch haben. Schön, dass du ein Loch haben willst. Sister, geh nicht auf Franzi. Das ist das beste Gesicht ever. Nee, nee, ich gehe nicht auf Franzi. Ich verspreche. Du doch nicht. Du, 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 du. He is alive. He took a little bit of damage. Aber kein Scherz, ich glaube wirklich. Oder findest du irgendwo Luftangriff? Es gibt kein Luftangriff. Ach ja, weil da oben ja so eine Decke ist. Ah. That is why. Ah. That explains everything. Neo-Fisch bläht sich so ein bisschen auf. Das so gesund ist. Max lebt einfach noch. Mhm. Isn't that amazing? Ach, das kann ich gar nicht machen, was ich da machen wollte. Was wolltest du machen? Luftangriff? Nö. Ja, Luftangriff. Du wirst dich selbst damit töten. Nö. Oder auch gar nichts töten. Außer den Hedgewurstfreund. Warum hat Franz I so viele I's? Weil's I ist. Mhm. Dass Franz I ist, wusste ich auch, aber... Scheiße, ich hab Over the Edge gesehen. Ich hab den Paperview gesehen. Scheiße. Hier ist zum Schaden. Ja, ich bin tot. Yes. Dass ich genau in dem Moment echt zurückkomme. Tja. Ja, da kann ich auch ganz viel machen. Eisblumen. Wir sind wie Eisblumen. Ja. Das ist... Ob das so eine gute Idee ist? Wir blühen in der Nacht. Wir sind wie Eisblumen. Ja, das ist auch ein Lied. Hoffentlich kriegst du Content-ID-Treffer. Ganz klar. Ich bekomme... Ich bekomme, weil du... Weil du es singst... Bekomme ich einen Content-ID-Treffer, weil es so original ist. Och, gerne. Warum nicht? Ähm, ja. Ähm, ja. Ne, 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 würde ich mich auch mitnehmen. Du würdest dich immer mitnehmen? Wenn du auf... Franz Hock gehst. Ähm. Ne, ich mach was anderes. So. Lass mal das hier. Und dann mach ich die Torte. Ach nee. Ja. Hättest du es ein bisschen weiter weg gemacht, dann hättest du nur mich getroffen. Ist halt gut, das ist doch gut so. Weil, guck mal, dadurch hat der, der vorher zwei hatte, jetzt 77. Hast recht. Äh, wo ist mein Flugzeug? Da ist mein Flugzeug. Meine Lieblingswaffe in diesem Spiel. Erst hatte ich es richtig gehasst und jetzt liebe ich es. Ja, weil die auch besser funktioniert als die Biene. Mit Abstand besser. Aber guck mal. Ähm, ja. Ich hab dir die Hälfte abgezogen, das reicht mir. Ja, natürlich. Wie oft kannst du das denn einsetzen? Unendlich. Das ist scheiße. Das ist gut, dass du crazy eingesetzt hast. Na ja, schade. Yes. Aber egal. Ich völlig in Ordnung. Ach, oh, Medipex. Geil. Geil, weißt du, was ich jetzt mach? Vampirismus. Ist ja legitim. Ist ja völlig legitim. Zieht zwar nicht komplett alles ab, aber... Oh, jetzt hab ich H155. Ja. Und das ist nice. Kann man so... Ist was noch nice ist? Jetzt nimmst du Vampirismus und haust mich weg. Ich glaub... Ähm... Ne, dadurch, dass ich bei Vampirismus nur den Schaden kriege... Ähm... Ich werd dich sowieso nicht töten können. Ähm... Aber ich beitsch dich. Warum peitsch du Alina? Da, du kriegst nämlich auch nochmal ordentlich Schaden. Warum peitsch... Hätte jetzt Vampirismus machen können? Ähm... Ja... Warum nicht, ne? Ich frag gleich mal nach, ob das so okay ist. Kannst du mal fragen, ob du darauf stehst. Boah... Äh... Was würd ich machen? Verführung. Oder ins Wasser springen. Das würd ich nicht. Ja, mach dat. Mach Ballpistolen. Mal gucken, ob du das... Jaaa... Nice. Nice. Ähm... Ja, ne? Jetzt wird das Drag auf mich. Was? Komm. Jaaa! Ich hab ernsthaft gedacht... Dass das passt. Dass du runterfliegen würdest. Hab ich ernsthaft jetzt geglaubt. Aber okay. Okay. Yes. Sister Abigail! Ähm... Ich versuch mal was. Ob das klappen wird, weiß ich nicht. Oh, das ist... Das ist böse. Das darf man nicht machen. Im Moment er trifft irgendeine... Oder eine... Doch, zwei... Das ganze Zwei sind unten gelandet. Ich hab glaub ich nicht einem... In irgendeiner Weise Schaden gemacht. Die Biene! Teleporter? Ähm... In die Augen... In the eyes! Ja, okay. Willst du mich verarschen? Sehr, sehr gefährlich. Ja. Aber ich treff dich! Ich treff dich mit dem Feuer! Hör auf, er bläst! Ich treff dich mit dem Feuer! Kommst du da durch? Sata? Verwundbarkeit? Kommst du doch nur in irgendeiner Weise durch? Auch wenn nicht, ist ja mir egal. Hör auf, er bläst du dich mit dem Feuer! Ja. Hm. So. Ähm... Ja. Ich glaub, Alina ist tot. Äh, nein. What dann? Teleporter? In der Zeit. Willst du mich verarschen? Fuck, God, Ryan! Ich geh mal hier hin. Schade, ich hab gedacht, ich komm runter unten die vielleicht, aber gut. Ähm, ja... Alina will never die! It's the invasion! Nice! Oh, das... Genau da wollte ich hin! Und ich nehm beide mit! Oh, sudden death! Sudden death! Welcher Alina ist jetzt dran? Weißt du, ob nie Alina dran? Mit zwei. Du willst dich in die Wand teleportieren? Ja. Die kriegen sich auch nur noch... So. Indie jetzt! Ähm... Ähm... Oh, sehr schön. Ähm... Ja, jetzt kannst du alle drei töten. Wie? Ich weiß nicht. Wollt ihr einfach nur Mut einreden? Ähm... Du kannst es schaffen! Du kannst es schaffen! Ähm... Wenn Alina jetzt nicht abkratzt, dann kann ich dich sogar noch töten. Fuck! Das war kacke! Das war kacke! Jetzt hast du mir sogar mehr Spielraum gegeben. Ich bedanke mich. Ja, aber die eine ist weg. Wow. Die ist jetzt dran. Ich kann ja nichts anderes, außer mich da hinterher zu teleportieren. Ich brauche dort Freiraum. Oder anders gesagt, das waren Vergeute dazu. Yep. So. Ja. Ähm... Nightmare... Okay. Solange du nicht mit deinen anderen Egel da wegkommst, ist alles in Ordnung. Ähm... Ja, was... Ich versuche das mal. Mal wieder. Schon wieder. Ja. Denkst du das für Klappen? Nein. Ja. Das war dumm. Aber ihr halber Körper ist jetzt weggesprengt. Hat doch auch... Hat doch auch was. Wer sollte das nochmal sein? Keine Ahnung. Ich habe irgendwas gemacht. Wenn du schon alles demonieren willst, dann helfe ich dir mit. Mhm. So, jetzt ist auf jeden Fall... Ja. Äh... Wer ist jetzt dran? Ah, er. Okay. Ähm... Ja, in die Mine rein, bitte. Nee, aber was ich machen werde, ist... Ich werde tatsächlich... Presslufthammer. Ich hier ein bisschen runtergraben. Gut. Machen kann ich zwar nichts mehr, aber okay. Oh, hab ich Glück. Nee, dat ist dumm. Wassermelonenbombe. Deswegen mach ich lieber dat. Und tot mit ihnen. Jetzt kommst du wirklich auf die Taktik an. Ja, das ist... Das ist so heftig. Das nervige gerade so ein bisschen, dass es wirklich auf die Taktik ankommt. Du weißt, dass irgendeiner von denen sterben wird. Ja. Und er ist sehr scheiß. So. Und jetzt... Gute Idee. Nicht schlecht. Ja. Nimm dich aber mit. Ist mir egal. BAM! Ist mir egal. Ist mir egal. Time to say goodbye. Bye. Jetzt kommt einfach so ein Herzlauch. Denn, du, 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 du. Ja, das wäre dumm, wenn er da... Willst du da wirklich rein? Er will da wirklich rein. Okay. Und das war ein Fehler. Ja, ich wusste nicht, wenn du mit einem anderen Ja, wärst du mit einem anderen dran gewesen, wär's für mich gut gewesen. Aber gut, okay. Erste Runde hab ich verloren. GG. Erste Runde hab ich verloren.